In aller Demut, sanft und ruhig, kann ich sagen, stell dir das vor, wenn alle Wissenschaften in einem Menschenschlag drehen sind, der ganze Macht hat, die Informatik, das Recht, die Soziologie und die Psychologie, alles gegen dich verwendet, verstehst? Dann sitzt der Ausnützer auf dem Erkenntnisbaum ganz oben und hat alle Äste für sich in Anspruch, verstehst? In seinen Zügeln. Und den anderen schaut er an, wie ein Opfer, verstehst? Wie ein Opferlamm, zum Beispiel ein einfacher Mann, nimmt ihm mehrmals die Brut weg und beschreibt, wie er dumm sich verhält, wie der Ratte eine Anke brunstet, wie er sich anscheißt, alkoholisiert, wie er dumm sich dreht, wie ein angespiebener Mistgrader, wird er dann beschrieben, verstehst? Dann wird er zwischendurch vorbestraft, dann wird er das, dann wird er rausgeholt, dann wird er arbeiten geschickt und die Weiber, sie kennen dich immer mehr, verstehst? Und ich habe das jetzt nachgewiesen. Die sind gemein geworden, verstehst? Keine Ballen. Und sie gestehen das auch offen in der Kamera. Ich habe ja viele, hunderte Filme gemacht. Und dann setzen sie sich sofort wieder auf den obersten Ast, verstehst? Erkenntnisbaum und verönen dich. Und dann analytisch perfekt, vollkommen, verstehst? Und wenn du sie aber ansprichst, stellen sie sich, schauen sie sich an, wie absolute Kannibalenraten. Tümmer wie jedes Schaf, verstehst? Tümmer wie ein Hund, wie eine Pilotratte. Stellen sie sich, verstehst? Sprichst sie in 18 Sprachen dann an, verstehst? Können sie einen großen Echt erwidern? Guten Tag, Buongiorno. Weiß nicht, verstehst? Dann setzt sie sich hin, macht sie wieder analytisch, in Altgriechisch, Latein, übersetzt sie sich russisch, dann weiß sie wieder 18 Fränksprachen und Verkehrssprachen, verstehst? Wie Ratten, verstehst? Wie Tiere, der Satan. Er hat sich gesetzt auf den Erkenntnisbaum und der Mann auf den Lebensbaum, wird dann heruntergedrückt, verstehst? Pasch! Das ist das, verstehst? Wir haben keine Klassengesellschaft, erste oder zweite Klasse. Das ist nicht so. Wir haben eine Ratte, die setzt sich auf den Erkenntnisbaum ganz oben hinauf und drückt den anderen wie ein Satan und weidet sich im Kinderborn, im vielfältigen Kinderborn und im vielfältigen Unzuchttreiben, verstehst? In allen Totsünden, verstehst? Alle vier Totsünden gleichzeitig, alle Gebote gedrehten. Aber höhnisch, verstehst? Ich habe das nachgewiesen. Absolut wie keine Balleratte. Das Tür. Das Satan aus Korea. Nach Western Europe geschritten. Pasch!